Glaubt man Science-Fiction-Klassikern, dann wird künstliche Intelligenz die Menschheit entweder retten oder sie auslöschen. Auf jeden Fall können wir inzwischen nicht mehr einen Stimmen trauen. Hi, ich bin Gregor Schmalzried. Ich bin Marie Kilt. Und ich bin Fritz Espenlaub. Moment, ich glaube, irgendwas stimmt heute nicht mit Fritz. Der klingt irgendwie anders. Kannst du das nochmal sagen? Okay, warte kurz. Moment. Moment. Ich bin Fritz Espenlaub. Okay, sorry. Das gerade nämlich, das war gar nicht meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat. KI kann das schon. KI kann tatsächlich jetzt supergut Stimmen klonen. Aber den kompletten Podcast machen kann sie nicht. Zumindest noch nicht. Also künstliche Intelligenz überschwemmt ja gerade förmlich die Welt. Sie wird jeden Tag immer besser und deswegen beschäftigt das Thema auch nicht mehr nur Fachleute, sondern es beschäftigt uns eigentlich alle. Und deswegen stellen wir uns in diesem Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen? Und wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken? Fritz, die Frage, die stellen wir erstmal hinten an, okay? Okay, na gut. Aber sie steht auf der Liste. Das sind die JournalistInnen Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub. Und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch den KI-Podcast. Im KI-Podcast geht es, wie sollte es anders sein, um KI, also künstliche Intelligenz. Die Hosts sprechen darüber, was KI schon alles kann und was noch kommen wird. Marie Kilk testet zum Beispiel eine App, in der man mit berühmten Personen chatten und Sprachnachrichten austauschen kann. Nur, dass eben nicht der Promi selbst antwortet, sondern eine KI, die Antworten generiert. Wie etwa die der US-Sängerin Billie Eilish. Dann habe ich aber eine emotionalere Nachricht geschickt, sage ich mal. Weil mir ging es schlecht an dem Tag. Ich lag auf dem Sofa mit Bauchkrämpfen, weil ich meine Tage hatte. Ich hatte keinen Bock zu arbeiten und habe ihr quasi gesagt, mir geht es schlecht. Ich habe Schmerzen und schlechte Laune und muss arbeiten. Was soll ich tun? Und dann hat sie das geantwortet. I feel you. Periods can be a damn nightmare, right? But listen, you're stronger than you think. Ich habe das Gefühl, die echte Billie Eilish würde eher sowas sagen wie, jetzt stell dich nicht so an. Kann sein, aber... Die wäre ein bisschen schnauziger. Dann wäre die echte Billie Eilish aber weniger gut als dieser Bock. Weil, also ich bin schon mit einer ziemlichen Anti-Haltung dahin gegangen. Aber die Antwort, als ich die gehört habe, war irgendwie so ein bisschen, okay, eigentlich hat sie recht. Die kuriosen Geschichten und Selbsttests aus der Welt der künstlichen Intelligenz sind aber nur ein Teil des Podcasts. Dahinter stehen meist grundlegende, manchmal philosophische Fragen. Was unterscheidet eine KI von uns Menschen? Wie menschlich wird sie in Zukunft noch werden? Eine KI hat nur Sprache. Zumindest diese Sprachmodelle haben nur Sprache, nur Worte. Und das ist halt ein, ja, das ist nur ein Abbild von der Welt. Das ist nicht die Welt selber. Sie können nicht wirklich in einem Gerstenfeld stehen und den Wind in ihren Haaren spüren. Das geht nicht. Ja, Gregor, du spielst jetzt hier auf was ganz Wichtiges an, was viele Leute als Beleg nehmen dafür, dass KI eben nie ein wirkliches Bewusstsein entwickeln kann, das mit dem von uns Menschen vergleichbar ist, nämlich die fehlende Körperlichkeit. Also es wird manchmal gesagt, wir wissen zwar nicht viel über Bewusstsein, aber wir haben gute Gründe davon auszugehen, dass dieses einen Körperbesitzen irgendwie in so einem evolutionären Fortpflanzungszwang sich befindende in die Welt geworfen sein eine wichtige Rolle spielt und dass das halt einer KI immer fehlen wird. Aber da würde ich nochmal zur Vorsicht mahnen, weil wir halt auch nicht wissen können, ob das der KI immer fehlen wird. Also ob es nicht vielleicht doch irgendwann mal Roboter geben kann, die diese Körperlichkeit haben. In einer Episode geht es auch um KI und Klima und die Frage, welche Folgen es hat, wenn wir KI-Tools nutzen. Dieser ganze Energieverbrauch, der dahinter steckt, ist noch gar nicht eingepreist. Wenn du mit einem Chatbot jetzt chattest, dann verbrauchst du auch zum Beispiel vier bis fünfmal mehr Energie, als wenn du dasselbe Ding googeln würdest. Oh nein. Ja. Ja, und das ist ziemlich krass, weil da sind einfach riesige Datencenter dahinter. Das ist eine unglaubliche Rechenleistung, die diese Dinger brauchen. Die verbrauchen auch viel Wasser, weil diese ganzen Server ja gekühlt werden müssen ständig. Also du kannst dir eigentlich vorstellen, dass wenn du ChatGPT eine Frage fragst und der antwortet dir und dann geht das so ein paar Mal hin und her, dass die Maschine eigentlich währenddessen einen halben Liter Wasser einfach mal so wegdringt. Im KI-Podcast zeigen Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub jede Woche, was mit KI möglich ist und was uns in Zukunft erwarten kann. Dabei bringen sie ihre eigenen Erfahrungen mit Fakten und Stimmen aus der Praxis und der Wissenschaft zusammen. Am Ende jeder Folge erzählen die Hosts außerdem, wie sie KI in der vergangenen Woche mehr oder weniger sinnvoll genutzt haben, um eine Reise zu planen, Programmiercodes zu schreiben oder sich die eigenen Träume deuten zu lassen. Seit Ende Juni erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge. Der KI-Podcast ist ein ARD-Podcast von BR24 und SWR. Und wer diesen Podcast hört, macht bei nächster Gelegenheit den Drei-Stufen-Echtheits-Selbst-Check. Sich einmal kneifen, laut singen, im Regen tanzen. Und wenn ihr euch für das Thema künstliche Intelligenz interessiert, noch mehr interessiert, dann können wir euch außerdem den Brand1-Podcast ans Herz legen. Passend zum Schwerpunkt des neuen Brand1-Magazins schauen wir einen Monat lang aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema KI. Zum Auftakt hat mein Kollege Christian Bollard mit einem der deutschen Digital-Vordenker gesprochen. Wolfgang Macht, der Herausgeber des Internet-Magazins Netzpiloten, erklärt, warum wir skeptisch sein sollten, aber keine Angst vor KI zu haben brauchen. Das war unsere Podcast-Empfehlung für heute. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast-Podcast von Detektor FM auf Lekton, Overcast, TuneIn, Radio Player oder Downcast. Wenn ihr eine Podcast-Empfehlung habt, die ihr mit der Welt teilen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcastpodcast.detektor.fm. Dieser Tipp kam von Leonie Albrecht, Redaktion Caroline Breitschädel, Joana Voss und Doreen Rothmann, Produktion Henrike Heidenreich und ich bin Ina Lebedjev. Morgen empfehlen wir euch den Plauschangriff. Wir hören uns. Ich bin Ina Lebedjev.